Samstag 14.30 Uhr, wieder Live-Call. Es geht um dein Geld, es geht um Aktien, es geht um Börse. Diesmal werde ich enthüllen, was wir bei einem Treffen mit Hedgefondsmanagern hier in Berlin letzte Woche besprochen haben, wie ihre Erkenntnisse sind und wie sie die Lage an den Finanzmärkten einschätzen. Das sind wirklich hochkarätige Profis und ich werde ihr Wissen mit euch teilen. Wie immer könnt ihr während des Live-Calls auch eure Fragen stellen, aber der Call wird natürlich aufgezeichnet und ist anschließend nur noch im MM-News-Club verfügbar. Eine Club-Mitgliedschaft würde ich euch dringend empfehlen, wenn ihr wissen wollt, wie man an der Börse langfristig ein Vermögen aufbauen will. Ja, wir sprechen nicht nur über die Aussichten an den Finanzmärkten, sondern knüpfen uns auch einige Sektoren vor, die hochinteressant sind und die von vielen Börsialern gar nicht so im Blickfeld sind. Wir schauen uns zum Beispiel Kokskohle-Aktien an. Das ist ein Investment für die Zukunft, denn Kokskohle wird knapp und Kokskohle wird gebraucht für Stahl. Und Stahl braucht man zum Beispiel, um Windmühlen herzustellen. Kokskohle ist offensichtlich ein Gut, das in der nächsten Zeit weiter im Preis steigen wird und deshalb auch die entsprechenden Aktien könnten dann ein aussichtsreiches Investment sein. Also die werde ich euch in dem Call dann zeigen. Außerdem sprechen wir über Gold und Silber. Da tut sich einiges. Es sieht so aus, als wenn wir hier einen Ausbruch oder vielleicht sogar Durchbruch erzielt haben. Einzelne Aktien werde ich euch da auch nochmal vorstellen, die offensichtlich sehr attraktiv und sehr aussichtsreich sind. Und dann habe ich euch noch einen Geheimtipp mehr oder weniger mitgebracht. Die Frage, in welche Gruppe, in welche Aktien geht man in unruhigen Zeiten? Da haben wir was rausgefunden, was offensichtlich auch größere Stürme an den Börsen gut überstehen wird und eine attraktive Dividende zahlt. Das alles im Live-Call am Samstag um 14.30 Uhr. Seid ein bisschen früher dabei, weil die Plätze sind bekanntlich begrenzt. Der Live-Call, wie ich schon sagte, wird aufgezeichnet und ist anschließend nur im MM News Club verfügbar. MM News Club ist die Quelle, das Werkzeug, damit du an der Börse lernst, wie du langfristig ein Vermögen aufbauen kannst. Wir haben dort unterschiedliche Sektoren, über die wir sprechen. Aktienempfehlungen von den Experten, von den Finanzstars, den Finanzgurus dieser Welt, die in ihrem Bereich hohe Kompetenz haben, um bestimmte Unternehmen vorzustellen. Wir haben eine eigene Gold- und Silberabteilung. Wir sprechen über Uran, wir sprechen über Rohstoffaktien. Wir haben im MM News Club ein einziges Kapitel über Dividendenaktien und DAX-Schnäppchen. Also alles, was das Herz begehrt. Und dazu noch habe ich für euch ausgearbeitet, spezielle Deals mit Börsenbriefen, die ihr zum Teil bis zu einem halben Jahr kostenlos abonnieren könnt, wenn ihr Mitglied im Club seid. Außerdem sofort downloadbar im Club Analysen, Bücher, Unterlagen, Börsenbriefe, die ihr sofort gratis runterladen könnt. Das Ganze im Wert von über 800 Euro. Das alles gibt es nur im Club. Also schaut euch den Link an. Der Live-Call am Samstag um 14.30 Uhr ist jedoch gratis für alle. Ihr könnt eure Fragen stellen zu den Themen, die wir dort besprechen. Ich verspreche euch, das wird ein interessanter, ein hochspannender Call. Die Börse, die Zeiten sind ein bisschen unruhig geworden. Das heißt aber nicht, dass man an der Börse kein Geld verdienen kann, wenn man das entsprechende Stock-Picking betreibt. Und dazu bin ich da. Deshalb freue ich mich, euch morgen live begrüßen zu können. Wie gesagt, kostenlos. Der Link zum Zoom-Link ist gleich hier unter diesem Tube. Und wenn ihr den Live-Call verpasst, könnt ihr euch das Ganze dann im MM-News Club ansehen. Ich freue mich auf morgen, auf Samstag 14.30 Uhr, euch dort live begrüßen zu können und zu dürfen.